Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal und heute schauen wir uns Tagi die Erweiterung an. Wenn bei Tagi die Erweiterung kommt zum Grundspiel neue spannende Elemente hinzu wie zum Beispiel die Wanderdünen, die das Spiel noch mal ein bisschen kniffliger machen. Tagi die Erweiterung ist die Erweiterung für das zwei Personenspiel Tagi und wieder vom Autor Andreas Steiger mit Illustrationen von Franz Vowinkel. Es ist für zwei Spiele ab zwölf Jahren, dauert circa 60 Minuten und ist bei Cosmos erschienen. Tagi die Erweiterung bringt kaum weniger Material mit als das Hauptspiel. Neben neuen Stammes- und Warenkarten gibt es auch neue Randkarten, die neue oder optimiertere Aktionen ins Spiel bringen. Außerdem werden Wasser als neues Element und die Tagia-Figur eingeführt. Wirklich spielverändernd sind aber die Wanderdünen. Das Spiel wird wie bekannt aufgebaut. Einige Randkarten werden aber durch die neuen ersetzt. Die Spieler erhalten ihre Tagi-Figuren und Stammesmarker. Der Räuber wird auf Feld 1 gesetzt, die Tagia auf Feld 15. Bei den Stammeskarten kommen nur die neuen zum Einsatz, bei den Warenkarten werden die neuen untergemischt. Neben die Auslage wird der Stapel mit den Wanderdünen gelegt und drei davon aufgedeckt. Als Startguthaben erhält nun jeder Spieler je eine Dattel, Salz, Pfeffer und ein Gold, sowie vier Siegpunkte und zweimal Wasser. Der Spielablauf verändert sich nicht. Es gibt nur neue und veränderte Optionen. So fordern die Eckkarten bei den Überfällen nun bestimmte Waren statt beliebigen. Die Forta Morgana erlaubt nur noch das Verschieben eines Stammesmarkers auf eine benachbarte Karte statt überall hin und so weiter. Die Tagia-Figur läuft ähnlich wie der Räuber den Rand entlang, ist aber eine positive Figur. Wer sie zu ihr stellt, erhält eine Ware seiner Wahl oder darf eine Ware abgeben, um eine Warenkarte zu ziehen und die dort abgebildeten Waren zu erhalten. Das neu eingeführte Wasser stellt einen besonderen Joker dar. Wasser darf jederzeit 2 zu 1 in Waren getauscht werden oder 3 zu 1 in Gold. Behält man sein Wasser bis zum Spielende, ist es aber sogar Siegpunkte wert und zwar im Verhältnis 2 zu 1. Neues taktisches Element sind die Wanderdünen. Dies sind Aktionen, die man mit einer Tagi-Figur besetzen darf, um die dortige Aktion durchzuführen. Natürlich erhält man dadurch den Nachteil, im Spielfeld einen Schnittpunkt weniger zu haben und dem Gegner mehr Optionen auf den Randfeldern zu lassen. Dafür sind die Aktionen der Wanderdünen besonders stark. Es ist stets abzuwägen, ob sie stark genug sind, um einem zum Sieg zu verhelfen. Die neuen Stammeskarten kosten jetzt auch manchmal Wasser und können Einmaleffekte mit sich bringen, die man aber zu einem beliebigen Zeitpunkt einsetzen kann. Kleine Dreiecke zeigen an, ob man den Effekt schon eingesetzt hat oder nicht. Wer am Spielende die meisten Punkte für seine Auslage erhält, gewinnt das Spiel. Ja, Tagi, die Erweiterung bringt wirklich spannende Elemente mit, wie ich finde. Also zum Beispiel diese Wanderdünen, die ja außerhalb hier von unserem eigentlichen Aktionsbereich liegen, die finde ich sehr spannend, weil die wirklich sehr stark sind. Aber man muss ja mal bedenken, dass man dadurch praktisch hier zwei Plätze verliert. Und da kann man gut abwägen, ob sich das lohnt oder nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass es sich häufig auch lohnt, sich dahin zu setzen. Und was ich persönlich auch super finde, ist hier diese neue Tagia-Figur. Wenn man sich zu der setzt, kriegt man ja einen extra Rohstoff, den man sich sogar aussuchen kann, was sehr stark ist. Und dadurch setzt man sich auch manchmal zu der, obwohl man das eigentlich vielleicht nicht gemacht hätte, einfach nur um diesen Rohstoff zu bekommen. Was sich jetzt zum Beispiel mehr lohnt, wenn man jetzt eine Dattel braucht, kann man sich gleich zu ihr setzen, kann sich die Dattel nehmen und noch die Funktionen oder hier zum Beispiel noch ein Salz oder sowas. Und hat dann nochmal andere Möglichkeiten und auch mehr Rohstoffe. Das finde ich wirklich sehr gelungen. Und ich mag auch das Wasser, weil es einfach nochmal ein neuer Rohstoff ist. Man kann damit tauschen und man kann auch überlegen, ob man sich die ganz viele davon hortet, um am Ende dafür nochmal Siegpunkte zu bekommen. Also es ist wirklich sehr gelungen. Es ist rund. Ich finde es schön, dass sie die oder dass der Andi Steiger hier die Fata Morgana ein bisschen abgeschwächt hat. Man darf jetzt nur noch an die Felder neben dran und nicht mehr auf jedes Feld hüpfen, weil das schon sehr, sehr stark war. Und dadurch ist es ein bisschen kalkulierbarer noch. Und ja, es ist einfach rund. Es fühlt sich immer noch nach Tagi an, was natürlich gut ist, weil Tagi an sich ja auch schon ein sehr gutes Spiel war. Aber es gibt eben diese neuen Möglichkeiten. Das heißt, wenn man Tagi schon sehr häufig gespielt hat, schon sich gut mit den Stammeskarten auskennt, schon so seine Taktik sich überlegt hatte, dann ist es jetzt genau das Richtige, sich noch die Erweiterung zu kaufen, weil dann eben genau diese Taktik vielleicht nicht mal funktioniert oder man dann wieder sich eine neue Taktik zurechtlegen kann und einfach nochmal ein neuer Schwung reinkommt, neuer Spielspaß reinkommt und man einfach wieder Lust hat, das Spiel aus dem Schrank zu holen und wieder zu spielen. Ja, dann hoffen wir, wir bekommen euch einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt, Spiel doch mal!